Und ich spiele Lacrosse. Ich spiele Lacrosse. Ich spiele Lacrosse. Ich bin Konstantin Braun, komme aus Berlin, bin Verteidiger bei den Eisbären. Hallo, ich bin Fröder Busch von den Eisbären Berlin. Wir sind alle verschieden, aber wir sind alle ein Team. Hallo, ich bin Sven Ziegler, Stürmer bei den Eisbären Berlin. Wir sind alle verschieden, aber wir sind ein Team. Ich bin Julian Talbot im Zentrum der Eisbären Berlin. Wir sind alle anders, aber wir sind alle ein Team. Ich bin Marc Bell, für den Eisbären Berlin. Und ich bin St. Paul Station, Ontario. Hallo, ich bin Maxime Ouellet. Ich bin Trainer des Gardiens. Ich komme aus Québec, Canada. Wir sind alle anders, aber wir sind alle ein Team. Wir sind alle verschieden, aber wir sind alle in der gleichen Team. Wir sind alle verschieden und doch ein Team. Anlässlich des Holocaust-Gedenktags haben wir zusammen mit dem Eisbären Berlin und dem Eisbären 14 Toleranz ein Projekt gemacht und hier ist eben dieses Video entstanden. Genau, wir finden das aber wichtig, wenn vor allem junge Menschen solche Projekteile starten, aber stützen das auch gerne und bringen uns da auch gerne ein, weil es wichtig ist, dass man sich mit der Thematik beschäftigt und vor allen Dingen in Zeiten, wenn wir Flüchtlingsheime brennen, ist es wichtig, dass wir Solidarität zeigen, Menschlichkeit zeigen und für eine offene Gesellschaft einstehen. Die Eisbären Berlin sind bei solchen Sachen immer sehr gerne dabei, weil die Eisbären ihre soziale Verantwortung natürlich gerade auch in Lichtberg und Hohenschönhausen wahrnehmen wollen. Wir haben viele verschiedene Nationen in unserer Mannschaft und alle sind zusammen ein Team und sind zusammen erfolgreich und nur mit Toleranz kann man erfolgreich sein. Jetzt wird es wiedersehen. Jetzt wird es im Team Schuss! Komm, du bist!